Hallo Leute, herzlichen Dank für's Zuschauen. Hallo Leute, herzlich willkommen. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde House Flipper. In der letzten Folge bin ich ja nicht ganz fertig geworden und heute machen wir das ein bisschen fertig. Wir haben ja nämlich schon einiges geschafft, wie man hier sehen kann. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Also hier waren wir noch nicht. Hier auch nicht. So. Hier auch nicht. Hier waren wir wahrscheinlich, ne? Ja genau, hier waren wir. Okay. Perfekt. Dann machen wir jetzt erstmal dieses Zimmer. So, einmal zustreichen mit der Farbe Weiß. Machen wir erstmal den Boden, würde ich sagen. So. Zack. Und dann streichen wir einmal die Wand. So. Die Wand, die wird gestrichen. Okay. Warte, warte. Achso, das ist die Wand, die so aussieht. Ich dachte, warte, hä? Warte, ich bin schon wieder da. Warte, ich bin schon wieder da. So. 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 Die Haupttieferbe reicht nicht ganz. Na doch. So, haben wir das Zimmer auch fertig gemacht. Deckenlampe, ja. Kommt da einfach hin irgendwie. Ein Einzelbett würde ich hier hin machen. Das ist der hässlichste Schrank, den ich hier gesehen habe. Aber egal, wenn die es wollen, dann wollen sie es. So. Einen Stuhl, damit man hier auch sitzen kann. Und einen Mülleimer, weil die in jedem Zimmer einen Kack-Mülleimer haben will. Okay, dann haben wir das auch geschafft. So. War hier mit der Farbe weiß? Oh. Anscheinend habe ich hier irgendwie Farbe vergessen. Egal, wir machen das hier. So. Zack. Okay. Da, wo jetzt überall die Türen auf sind, da war ich schon. Dann gehen wir hier rein. Das ist das Badezimmer. Geil. So, Wand fließen, legen. Welche Seite machen wir wie? Also ich würde sagen, die Seite... Warte, wir machen das schon mal. So. Achso, ich kann übrigens jetzt 10 auf einmal hier legen. Also nicht wundern, warum ich hier so viel auf einmal legen kann. Zack. Oh, perfekt. Wir haben keine mehr. Das ging schnell. Ah. So. Okay, und jetzt kann ich hier noch das machen. So. Perfekt. Und die Seite kommt jetzt mit denen hier. haben wir nämlich zwei gleiche. So. Zack. Zack. Fertig. So. Verkaufen. Verkaufen. Auch verkaufen. So, montiere die Geräte. Achso, ich muss ja noch Bodenfliesen legen. Machen wir das doch auch mal. Zack. Einmal da hin. So, Toilette. Die Toilette. Welche nehmen wir denn mal? Soll ich die hier nehmen? Komm, ich nehme die. So. Keine Ahnung, ob das so geil ist, das da so zu haben. Aber egal. So, montieren wir hier einmal. Das hier. So. Zack. Zack. So. Wasser noch weg. So. Machen wir hier auch schon drin. Dann hier noch. Die Garage. Ah, ja, genau. Können wir hier auch mal öffnen. Okay, so. Weiß. Kommt. Die. Okay. Weiß wird die. Mann. Okay, perfekt. Ja, passt, passt, passt. So, und die zwei werden dann in den anderen. Muss ich das checken? Hier ist einmal so irgendwas gelegt und da dann nicht mehr. Hä? Voll wegen das. Aber egal. Jetzt habe ich das Garage-Tor ja auch gemacht. Mal wieder zu machen. Komm ich ja gar nicht dazu an. So. Zack. Und hier oben noch. Fertig. Endlich. Endlich. Ich habe das ganze Haus fertig gemacht. Geil. So. Die Kochnische sollte im Wohnzimmer sein. Ach, die Kochnische. Keine Ahnung, was das ist. Aber okay. Muss ich auch nicht ganz unbedingt jetzt wissen. Äh, ja, perfekt. Habe ich noch irgendwie im Archiv irgendwas? 100%, 100%, 100%, 100%. Außer das hier. Das ist irgendwie nicht 100%. Können wir ja mal kurz gucken, wie wir da was beheben können. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht 100% habe. Hm. Falls ich es jetzt nicht mehr schaffe, dann mache ich es einfach off-screen weiter. Weil ich will alles irgendwie so 100% fertig machen. Wenn das dann auch mal lebt, dann können wir auch anfangen. Okay. Ach du eilige Scheiße, Junge. Was ist denn hier los? Diese Aufgaben habe ich gar nicht mehr. Ist ja voll das räumige Haus. Also ich glaube, ich habe das tatsächlich schon mal im Video gemacht. Ich will das auch einfach jetzt nur noch kurz fertig machen. Ich mache das dann off-screen weiter. Hier ist noch irgendwo eins. So. So. Machen wir hier schön alles sauber. Zack, zack, zack. So. Einige Beschmutzung. Äh, Verschmutzung. So. 100%. Perfekt. Dann noch das Fenster hier einmal. Machen wir auch schon auf, damit das hier nicht mehr so drinnen mievt. So. Haben wir das hier auf jeden Fall schon mal fertig. Gehen wir hier direkt in den Zimmer rein. Ey. So. Machen wir mal den ganzen Schmutz weg. Irgendwo ist jetzt noch 2% Schmutz. Ah, da. Okay. So. Dann die... Das Fenster einmal. So. Und das hier auch. So. So. Fektose reparieren. Welche? Wieder. Aha. Okay. Einmal raus. Einmal wieder rein. Zack, zack, zack. Und fertig ist das Schlafzimmer. Mal, dass ich hier die Fenster reinigen. Ach so. Oh. Ich habe hier anscheinend vergessen, das Fenster zu reinigen. Machen wir eben schnell. Müll. So. Jetzt ist aber alles hier im Wohnzimmer fertig. Irgendwie in den Raum. So. Bauen wir den Müll auf. Wo ist denn hier Müll? Ich finde hier keinen Müll. Ah. Das war die Müll. Das war Müll. So eine neue Dusche wollen sie haben. Was ist die hier, ne? Keine Ahnung. Ich baue die jetzt einfach. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. So. Zack, zack, zack. Einmal rein. Hier auch nochmal einen Griff. Und fertig ist das Ganze. Perfekt. Ah ne, 67%. So. Okay Leute, ich würde sagen, aber das war es mit dem Video. Ich werde jetzt hier noch kurz selber das zu 100% fertig machen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hausernador, euer Sandow. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.